Audio to go präsentiert Was alles in einem Menschen sein kann Begegnung mit einem Mörder Von Steffen Schröder Es liest Der Autor T-Stunde mit Micha Ob ich noch irgendetwas dabei habe Schlüssel, Handy, Waffen Fragt mich der uniformierte Beamte In gelangweiltem Ton Nachdem ich die Panzerglasschleuse Passiert habe Ich verneine, wie schon zuvor Auf die gleiche Frage des Pförtners Der Beamte beginnt mich abzutasten Wir kennen sie ja noch nicht Nuschelt er halb vorwurfsvoll Halb entschuldigend Schließlich lässt er mich durch Eine automatische Tür öffnet sich Zum Innenhof Die Sonne steht schon hoch am Himmel Der Hof wirkt verwaist Ich gehe auf den Vorplatz zu Vorbei an einem Schaukasten In dem von einem lieben Kollegen Abschied genommen wird Der Justizbeamte auf dem Foto Lächelt in die Kamera Viel zu jung verstorben Links das Gebäude mit der Sozialpädagogischen Abteilung Rechts das sogenannte Sprechzentrum In dem Häftlinge Besuch Empfangen können Ich gehe an der Anstaltsküche vorbei Auf die Kirche am Ende des Platzes zu An sich ein hübscher roter Backsteinbau Wenn man von der beklemmenden Umgebung absieht Ich warte vor der verschlossenen Pforte Nach ein paar Minuten öffnet ein Justizbeamter das eiserne Tor Sie wollen zu Haus sechs? Ich bejahe Wedle mit meinem Passierschein Er lässt mich ein Schließt hinter mir ab Öffnet krachend die nächste Tür Metall schlägt auf Metall Laut fällt eine Tür nach der anderen wieder ins Schloss Kaum, dass wir sie passiert haben Wir betreten den nächsten Innenhof Rundherum Backsteinbauten Die Fenster vergittert Stacheldraht auf den Dächern An den Fallrohren Es geht vorbei an Teilanstalt zwei Teilanstalt drei Riesigen Haftgebäuden Und der anschließenden kleinen Gärtnerei Einem der anstalts eigenen Betriebe Zu Haus sechs Ich bin etwas aufgeregt Schließlich lerne ich heute den Häftling kennen Den ich zukünftig als ehrenamtlicher Vollzugshelfer betreuen soll Falls wir miteinander klarkommen Bisher weiß ich nicht viel über ihn Er ist in meinem Alter Rechtsextreme Vergangenheit Drogenkarriere Inzwischen auf Methadon hieß es Und er ist zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden Wegen eines Mordes Lebenslänglich Das heißt in seinem Fall Er sitzt schon seit 14 Jahren Und wird wohl auch noch ein paar Jahre sitzen Frau Müller Die Sozialarbeiterin Erwartet mich bereits Sie steht unten am Eingang An ihrer Seite Ein kleiner, lächelnder Asiate Mit Putzzeug bewaffnet Der mich verlegen angrinst Später werde ich erfahren Dass er auch ein El-Eller Ein Lebenslänglicher ist Dieser schüchtern wirkende Mann War Auftragsmörder Der vietnamesischen Zigarettenmafia Wie viele Menschen er auf dem Gewissen hat Wird man wohl nie erfahren Frau Müller erklärt Indem sie auf den Immer noch lächelnden Asiaten zeigt Er hätte noch einen Mülleimer zu leeren Wir müssten ihn Nur kurz begleiten Also marschieren wir drei Gemeinsam zurück An der Gefängnismauer entlang Vorbei an der Gärtnerei Auf ein Graues Gebäude zu Jetzt sehen sie dafür etwas Das Vollzugshelfer gewöhnlich Nicht zu sehen bekommen Meint Frau Müller entschuldigend Während sie die zahlreichen Türen öffnet Und hinter uns wieder schließt Bis wir vor unserem Ziel angekommen sind Das Familienbesuchszimmer Der sogenannte Langzeitsprecher Gebäude zu Vielen Dank.